Vorher war der Phönix hier. Ich habe es hier vorne bei den Blumentöpfen gesehen. Eines links davon und eines rechts davon. Ich habe es nicht einmal geschafft, ihn aufzunehmen. Ich habe dann aber beide Videos gerade noch gelöscht. Mir wird es jetzt eh so sein, dass ich jedes Video, das ich hier zu Hause mache, mit der Uhrzeit und mit dem Datum verbinde. Das ist fix ab jetzt. Das heisst grundsätzlich die letzten 10 Sekunden der Videos muss man nie anschauen. Die letzten 10 Sekunden beinhaltet lediglich noch die Verbindung zum Datum und zur Uhrzeit. Nicht anderes. Also wenn man sich für Natur interessiert, dann muss man die letzten Sekunden gar nicht anschauen.